Liebe Leute, heute redet der Pascal natürlich über seine Augen. Das ist so ein Thema, was ich euch immer von mir gerne sagen möchte, weil viele Leute sagen, immer im Chat oder auch in den Kommentaren kannst du nicht richtig lesen oder sonst was. Ich will einfach euch mal ein bisschen was erzählen über meine Augen. Wenn es dich halt nicht auch interessiert, dann skippt einfach weiter. Jetzt kommen wir zu dem Video. Ja, ich habe schon seit, ja, von Geburt aus bis jetzt, mein Lebensjahr 23, mehrere OPs schon hinter mir gehabt. Versucht hat meine Augen, dass meine Augen einfach besser werden, was leider nicht passiert ist, sondern sie wurden schlechter, schlechter und schlechter. Dass ich auf einem Augen, ja, 9,5 Quatrien habe, bedeutet kurz vor der Blinden. Auf dem anderen Auge habe ich 7,5 und jeweils ein Auge kann weit und ein Auge kann kurz sehen. Ja, es ist halt für mich sehr, sehr schwer, wenn ich jetzt zum Beispiel kleingedruckte Sachen lesen muss oder wenn ich jetzt im Chat oder irgendwie in den Kommentaren was lesen muss. Ich sehe es halt nicht einfach irgendwie direkt und dann kommen auch nicht die richtigen Sätze dabei raus. Und, ja, es wird mir halt einfach auch manchmal schwer, weil ich dann meine Augen zu überanstrengen muss, um was zu lesen. Aber ich mache es für euch gerne. Ja, aber nur, dass ihr ein bisschen davon Bescheid wisst, was ich eigentlich für eine Augenkrankheit habe. Und, ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag. Und, ja, jetzt wünsche ich euch erstmal einen schönen Tag.